Hallo Facebook, hallo YouTube, mein Name ist Freddy Fuchur und ich heiße euch willkommen zurück in diesem netten Spielschirm The Forest. Und da hinten springt einfach ein Tisch willkürlich aus dem Weg. Und wie ihr seht, sind wir direkt in der Nähe unseres Flugzeuges gelandet und in der Nähe eines Einwohnerdorfes. Sehr schöne Sache, aber dieses Mal nube ich nicht alleine, denn der Chrissy ist dabei, Mr. Unknown. Jawoll, unknown, oh. Unknown, ja. Egal, hallo und herzlich willkommen bei Forest auch von mir. Hier muss ich mal am Co-Modus ausprobieren. Und so. Ich muss was essen. Ich bin eigentlich super gut unterwegs. Super gut unterwegs, ne. So, wie war das? Da ist ein Hase. Hase ist weg. Gut. Wo war unser Zerweibuck hier? Ja, ich habe auch ewig nicht mehr gespielt. Ja, muss ich auch gerade sagen. Also wenn wir so ein bisschen hier durchschnuben. Wo ist denn das? Ach du Gott. Hey. Jetzt mal Rüstung holen. Nein. Bleibst du hier? Da ist so ein Lursch. Ne, was ist das? Ein Lizard. Der ist direkt unter mir, aber ich kann ihn nicht töten. Ja, ja. Stirb. Die wachsen, die treiben wir immer noch. Ja, die sind immer noch da. Ja, wie gesagt. Wir sind hier ziemlich in der Nähe von einem Dorf. Also von daher. Ach, der wird jetzt runter. Was? Ich fange schon mal an zu hacken, weil wir brauchen unbedingt Feuer. Ja, ich bin auch ein bisschen am Rüstung bluten. Ich kriege gerade meine Probleme mit dem Scheißlisatz. So, jetzt. Oh, und dich auch noch. Ich brauche was zu essen. Ah, ich guckte, ich kann schon keiner mehr nehmen. Was? I war in Bensar. Klimba! Ja, kaum sind die Leute von Aus Holz unterwegs, wird auch schon wieder Bäume gefällt. Echt? Was? Was ein Saar und ein Faill. Meine Frasse. Ja, Ultra. Meine Frasse. Ultra laut. Ich glaube, man kann mittlerweile auch Baumhäuser bauen. Echt? Cool. Wenn du das sagst. Machst du mal, mach mir mal. Die Sounds sind ja auch geil beim Holzhacken. Ich glaube, wir wurden entdeckt. Ja, hier ist einer. Wo bist du? Ach, super. Hier, ich glaube, ich habe ein Flugzeug, aber ein Flugzeug bin ich. Ah, ich glaube, wie die Dinger fliegen. Ah ja, der schleicht. Ich glaube, der ist jetzt auf dich. Hau ab! Du bist dich, Junge. Mein Baum. Oh. Hey, 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 hey. Wir machen uns hier direkt beliebt. Oh, der hat... Geil, jetzt gibt es sogar 10. Oha. Loot, looten, looten. Ja, schön ist, dass es doppelt ist. Ja, wir müssen vorsichtig sein, dass es uns nicht gegenwärtig... Ja, das stimmt auch wieder. Na gut, ich baue mal die Dinger. Ich baue einfach. Willst du direkt hier? Ja, also zumindest, ich brauche unbedingt was zu essen. Das ist das Problem. Ach so. Ey, was für ein Sound auf dem Kopfhörer. Meine Fresse, ey. So, kleine Äste brauchen wir noch. Düt, düt. Ey, das sieht so krass aus, wenn du die Dinger hier trägst. Ach, hier kann ich essen. Hoffentlich sterbe ich nicht dran. Einfach mal irgendwelche Bären gefressen. Oh, ja. Au, ja, ich habe Schmerzen. Also, mir geht es gut. Die blauen waren toll. Ey, sag mal, da hinten im Einwohnerdorf geht es voll ab. Boah. Ey, mach Feuer. Hallo? Darf ich mal Feuer machen? Hallo? Oh, Feuer. Alter, was hast du für ein Riesenfeuer gebaut? Wer hat der kann? Kannst du das anmachen? Mann, ich kann es nicht anmachen. Scheiße hier. Oh. Toll, Riesenfeuer gebaut. Man kann nichts machen. Klasse. Ah. Ich habe Bonfire gebaut. Okay, na ja. Klasse. Oh, hier ist noch Loot. So, ist da was bei denen da hinten so los? Da ist gar nichts los. Außer Tote. Oh, manchmal kann man die Toten auch nochmal kaputt hauen. Ja. Den hier nicht. Eigentlich sau fies. Gehst da irgendwo hin und kno... Bringst alles erstmal um. Oh, geil. Seil. Seil ist doch gut. Seil ist gut. Seil ist immer gut, ja. Seil gibt es hier. Oh, hier ist so eine verrückte Olle. Wo? Wo bist du? Wo bist du? Hier, 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 hier. Wo ist sie? Ach da. Ach ne, ist ein Baumstamm. Wo ist sie denn? Ja, hier, ey. Schön, wenn du das jetzt sehen würdest. Naja. Lusch, stirb. Ey. Also, es hat sich noch nicht wirklich viel verändert. Es ist, außer dass du jetzt dabei bist, ist es noch echt extrem rumbaggig. So. Ey, brauchst du ein Lusch? Guck mal. Guck mal, was ich kann. Kannst du das auch? Geil. Ach so. Ach so, siehst du es nicht? Okay, schade. Da, da, hier ist einer. Hier, da. Da, bei mir. Ein Lusch oder ein Typ? Ein Typ. So, mal komm. Wo ist er? Forte ab. Ach, die tröst sie. Ja, das ist die verrückte Olle. Scheiße. Oh, ich hab dich getroffen. Verpiss dich. Ey. Ist mein Dorf. Jetzt hinter uns drei. Scheiße. Ne, alles gut. Warte, die ist hinter dir. Die kommt von hinten. Am Feuer gleich. Brauch dich, Hilfe. Ich bin ziemlich am Arsch. Gut, gut. Oh. Was ist? Ich hab sie rasiert. Ich hab sie ausgezogen. Ich brauch unbedingt was zu essen. So Steine und Stickies brauchen wir. Stücke. Das ist verreckig. Deine noch. Hier liegt einer. Bitte? Ah, hast du's schon. Ah, sehr gut. Kannst du die anmachen? Nee, sag mal. Ich kann's anmachen. Immerhin. Wenigstens einer. So. War auch nicht gekocht. Du, das ist sehr geil. Hahaha. Wenn du das Feuerzeug in der Hand hast. Ey, wie so'n Zündel-Typ, ey. Ich weiß alles am Facke. Zündel. Wie dir die Axt auch festhältst. Herz aller liebst. Wie konnte ich nochmal... ...Glizzards? Ah, genau. Und dann, das war auf C, ey. Ja. Ja, ey, soll ich da reinkommen, ey. Ja, klar. Oh, da hinten ist wieder einer. Im Dorf. Ey, Lizard. Was geht denn? Zwei Deppen. Kein Treffer. Oh, hier rollt. Hier rollt. Ich bin eigentlich fast dafür. Lass doch einfach hier bauen. Warum nicht? Ach, scheiße. Da ist eine Truppe. Ey, komm her. Komm her. Da sind vier Stück. Komm zum Flugzeug. Fünf. Oh, oh, oh. Fünf Stück sind da. Guck mal. Zum Dorf. Oh ja, oh ja. Ähm, warte mal. Warte mal. Lass mal. Survival Book war auf D. Wo sind denn die scheiß Totems? Wo sind die Totems? Da. Ja, können wir schon was bauen? Scheiße. Aber der hat uns jetzt entdeckt, der eine. Aber die anderen haben uns noch nicht entdeckt. Die fressen den auch. Den anderen. Die fressen da. Hä? Wo sind denn die scheiß Totems? Ah, da. Bau, bau, bau. Der eine kommt nämlich auf uns zu. Jetzt ist er weg. Glück gehabt. Scheiße. Was fehlt uns denn noch? Noch einer. Wir müssen einen umbringen. Vielleicht. Ha. Ist es noch übrig? Ah, genau. Der liegt da noch. Okay, noch Stein und Äste brauchen wir. Oh Mann, die zieht nichts. Ja, Stein. Zwei Äste brauchen wir. Ganz gemacht. Ja, ich bin auf der Suche. Ich bin einfach in der Wald. Ah, da bist du auch. Okay. Ja, manchmal muss man einfach ein bisschen warten. Die ganze Scheiße spawnt. Oh. Da habe ich eins. Okay, die ziehen anscheinend weiter. Ja, ich habe zwei Sticks. Okay, die ziehen weiter, die Jungs. Oh shit. Ah ne, die rennen weg. Oh, ich dachte schon. Hänge. Hm? Oh Mann. Oh, die Scheiße, Junge. Siehst du eigentlich, dass ich jetzt so den Panzer anhabe? Ne, oder? Ne. Okay, weil ich sehe es halt beim... Oh. Ich sehe es bei mir. Oh, ich auch. So. Ich brauche was zu trinken. Ja, wir müssen mal. Wir gehen mal runter zum Fluss, oder? So. Ne, ich habe noch was gehabt. Ah, wir brauchen jetzt eher so eine Unterkunft. Ja, ich würde mal... Gehen wir mal zu dem Fluss da runter, oder? Wir können uns doch eigentlich hier aufbauen. Ist doch egal, oder? Ja, wir bauen jetzt hier, ja. Was ist jetzt? So, mit B. Da muss ich es mir mal merken. Da, stimmt. Hier ist es. Ein Baumhaus. Geil. Ist alles geht. Ja, lass doch gleich ein Baumhaus bauen. Wir bauen mal gleich ein Baumhaus. Oh, da brennt wieder einer. Jetzt ist die Frage, lang ein Baumhaus, oder? Ich denke mal, ja. Hehe, geil. Hier ist es. Wir brauchen jetzt Stickies und... Also den hier nicht, nicht abhacken. Wie du ja siehst. Ja, ich glaube, es macht nichts. Weiß ich nicht. Das hat mich gerade gehauen. Ich sehe, da sind die... Unsere Freunde wieder. Aber sie sehen uns nicht. Zum Glück sind die... Sind die blöd. Guck mal, hier ist es zu dem. Da ist noch ein Lurch. Ach, ich wollte aber was essen. Ich habe zwar noch was im Ofen. Ist jetzt verbrannt. Oh, oh. Pilze gegessen, die G-T-Hot. Alter, ich habe gerade Ultra... Ich sehe gerade überhaupt gar nichts. Die Sonneblende ist richtig krass bei mir. Oh, okay. Ist echt verbrannt. Tja. War das schon immer so? Also sagen wir mal so, ich meine mich zu erinnern, dass es schon immer so war. Krass, krass. So. So, schön. Geht auch einiges. Nimmst du eigentlich auf, ja, oder? Ja, klar. Ja, klar. Ja, das ist ein bisschen übertrieben. Gut gemeint, aber ein bisschen übertrieben. Cool. Ah, das ist sehr gut. Komme ich da noch hoch? Ja, gut. So, ich muss mal unbedingt, ganz wichtig, mal mich waschen. Ja, das müsste ich auch. Ist das Baum auch schon fertig? Nee. Ah, verdammt. Soll ich hier noch am... Ich war am Fennbogen. Boah, ich wäre fast geverreckt. Glücklicherweise nur fast. Ich bin einen Kilometer von dir weg. Ey. Total übertrieben, die Geräusche des Baumes. Ja, ich muss mal gleich, wenn wir wenigstens einmal gespeichert haben.